der nächste baustil ist das modulhaus und da kriegen wir auch immer mehr anfragen dazu weil das ja auch ein gehyptes thema an sich ist weil man sich vorstellt mensch es muss doch irgendwo möglich sein ein haus so weit vor zu produzieren und so kompakt zu planen und zu bauen dass da irgendwelche vorteile entstehen bisher ist es aber so das ist zumindest meine erfahrung die ich so bei modulhaus angeboten wenn ich sie dann auf dem tisch hatte gesehen habe dass der preis den man am ende wieder pro quadratmeter zahlt deutlich über dem liegt was man normal für ein einfamilienhaus oder anderthalb geschossiges haus in jetzt zum beispiel fertigbauweise bezahlen würde das heißt die rechnung kann aufgehen muss aber nicht ich glaube hier ist die industrie noch sehr am anfangen zu schauen welche möglichkeiten es gibt wie löst man auch ein transport und so weiter also ich sehe noch nicht den großen vorteil jetzt gegenüber einem bungalow in einer ähnlichen größe zum beispiel das in modulbauweise zu machen ich weiß nicht was du bisher für erfahrung also exakt so ist es meistens die modulhäuser immer wesentlich teurer und das hat eigentlich einen ganz einfachen grund erstmal kann man sich ja vorstellen macht ja sinn man hat irgendwo eine trockene halle also man nutzt die vorteile die zum beispiel pferdeckhaus gegenüber massivhaus hat also es wird alles in der trockene halle zu besten temperaturen vorgefertigt und warum soll man das dann nicht sogar so weit treiben dass vielleicht auch schon die böden drin sind dass die bäder montiert sind und man im grunde nur noch das bett rein stellen muss ja vielleicht ist ja auch schon mit drin und die küche sowieso also das ist ja erstmal ein smarter gedanke zu sagen wie kann ich denn die vorfertigung und die vorteile jetzt die fertig haus branche seit 50 oder 60 jahren nutzt wie kann ich die dann noch weiter treiben weiter transferieren in die zukunft und dann ist man auch erst mal smart ist absolut bin auch ein riesen fan davon erst mal dann ist das wenn man dann sagt okay dann ist die nächste weiterentwicklung vom fertig haus ist dann jetzt das modulhaus und dann stellt man sich das vor okay das ist jetzt wie wenn ich ins autohaus geht da stehen jetzt drei vier häuser ich suche meinen typ aus den nehme ich bestelle den und dann wird er irgendwann produziert und er kommt aus dem werk wo das tausendfach produziert wird deswegen hat sich auch da das das team was das macht hat sich ein hat sich eingearbeitet eingeschliffen die kinderkrankheiten sind ausgemärzt also das sind idealste abläufe weil immer wieder das gleiche gemacht wird aber jetzt kommt halt der haken es ist halt so in deutschland gibt zeitweise nicht gefühlt 100.000 verschiedene bebauungspläne ja also ist ja nicht nur dass eine stadt einen bebauungsplan hat sondern das ist ja manchmal von wohngebiet zu wohngebiet und manchmal sogar von straßenzug zu straßenzug das heißt ein hausanbieter kann gar nicht hingehen da muss ja seine produktion auslasten der kann gar nicht auf gut glück tausende von verschiedenen modulhäusern produzieren das ist eine unglaubliche kapitalbindung also das funktioniert nicht in der hoffnung dass dann irgendwann der abverkauf so funktioniert dass es einmal erlaubt ist dass auch also zum beispiel ein modulhaus ein satteldachhaus mit dem knie stock von einem meter dann wegen mir von 1 meter 50 und von 1 meter 80 okay und dann muss er halt hoffen ist jetzt in dem bebauungsplan ist es jetzt da 1 meter 50 oder 1 meter 80 erlaubt und dann kann er das dann verkaufen oder also der weiß gar nicht was kann auf vorrat produzieren was nicht nur dann macht das ganze ja sinn und wenn er aber hingeht und sagt okay dann passe ich das modulhaushalt an weil in dem bebauungsplan ist ein knie stock erlaubt von einem meter in dem anderen von 1 meter 10 davon meter 20 beim anderen meter 50 und da sogar folgeschossigkeit muss er das modulhaus jedes mal individuell wieder anpassen also macht den selben quatsch wie vorher auch heißt also also was er vorher gut ist bei den klassischen fertigen dass man eine freie planung hat und anpassen kann aber bei den modulhäusern ist es wieder nachteil weil es das ja dann wieder teuer macht weil dann kann man auch wieder direkt frei planen und dann kann man sich auch ein architektenhaus in fertigbauweise umsetzen lassen da hat man nämlich keine kompromisse weil so ein kleiner nachteil von den modulhäusern ist so schlau auch der gedanke ist das ganze weiter zu entwickeln meistens muss man sich dann ja doch festlegen muss in gewissen rastern oder in gewissen modulen planen das heißt zum beispiel weil der hause anbieter muss ja gucken dass seine effizienz da rein bringt und dann ist es so dass er zum beispiel festlegt okay dann kann man unser haus immer um einen meter erweitern jetzt ist es aber so ihr habt dann vielleicht einen bebauungsplan der erlaubt euch eure hausbreite sind 9 meter 90 die ergibt sich einfach wenn man die ganzen abstandsflächen bemisst und was ja relativ schmal sein kann so und jetzt würdet ihr dann praktisch 90 zentimeter haus verlieren weil der modulhaus anbieter immer in ein meter schritten vorgeht und das kann dann sehr ärgerlich sein gerade wenn ihr ein kompaktes grundstück hat und wollt eigentlich die wohnfläche ausnutzen also macht es in dem fall dann eher sinn dann doch ein freigeplanes architektenhaus zu bauen und das dann in fertigbauweise umsetzen zu lassen was sozusagen die die mutter aller aller modulhäuser ist das fertig im endeffekt auch genau weil die vorproduktion ist im endeffekt die gleiche es ist aber nur auf eine viel größere masse anwendbar und deswegen als ich aktuell ist es fehlt dem modulhaushalt einfach an der möglichkeit ist in masse zu produzieren genau das wird sich aber auch nicht ändern nur weil die nachfrage da zum beispiel steigt weil einfach zu viel angepasst werden muss genau das ist leider so und halt weil es auf masse geht kann kein kann man keinem haus anbieter zumuten auf masse zu produzieren und da wie die vielleicht die autoindustrie dann mal zigtausend autos auf dem hof stehen hat und die dann in den markt rein bringt wenn sie das für richtig hält bei häusern geht das einfach nicht weil das so viel kapital binde da würde jede firma sofort pleite gehen deswegen funktioniert es gerade noch bei solchen bürokubes oder sowas die man sich dann in den garten stellt um da sein home office irgendwie ein bisschen abgekoppelt vom haus zu machen für sowas funktioniert das weil das dafür da muss ich keine großen regeln dafür einhalten ja aber alles andere sehen wir aktuell eher schwierig noch nicht genau und dann ist es dann auch so die sich dann trotzdem auf dieses abenteuer einlassen sondern vielleicht also jetzt kann man wieder sagen es sind einerseits smarte leute weil die haben markt erkannt sind aber auch viele glücksritter dabei die sind dann vielleicht jetzt eben können sie ja noch gar nicht weil das thema modulhaus erst seit kurzem so am boom ist oder so ein großes interesse hat auch da ist es dann wieder so dann baut ihr vielleicht ein modulhaus mit dem man den gibt es wahrscheinlich dann in fünf in zehn oder 15 jahren nicht mehr und auch hier wenn ihr dann mal einen an oder umbau braucht oder wollt sanieren die details die dann ausgearbeitet hat die liegen dann nicht mehr vor und dann einem anderen normalen handwerker sagen jetzt gehen wir genau auf die modulbauweise ein wird eher schwierig weil mit eurem auto wenn jetzt weiß ich nicht ein vw fahrt fahrt wahrscheinlich auch in die vw werkstatt wenn er mercedes fahrt fahrt in die mercedes werkstatt und wenn ihr ein renault fahrt fahrt wahrscheinlich in die renault werkstatt zumindest wenn irgendwelche spezifischen dinge sind wie zum beispiel elektronik die vielleicht eine freie werkstatt nicht so gut abdecken könnte und dann wäre hierzu empfehlen wenn ihr langfristig plant modulhaus auf jeden fall erst mal im auge zu behalten wenn ihr sagt wir wollen zwei drei jahren bauen hat sich der markt vielleicht auch geändert oder die firmen haben inzwischen smartere lösungen gefunden wäre super schön und lobenswert dann ist das so und ihr beobachtet einfach den markt und für den fall dass man zwei drei jahren eben noch nicht so weit sein sollte dann würde ich dann eher das klassische fertig haus bauen und mir das haus komplett frei planen lassen um einfach die ganzen vorteile der freien planung für mich persönlich ausnutzen zu können weil immer wenn es um module geht seid ihr an rast sehr gebunden und natürlich an die grundrisse wie die hausbaufirma glaubt dass sie gut werden und die sind natürlich im interesse der hausbaufirma gut nicht immer unbedingt im interesse der bauherren natürlich gucken die dass man grundsätzlich das raumprogramm abdeckt was ihr gerne hättet aber wenn sie ein bisschen spezieller werden soll dann ist man ganz schnell raus und man kann ja heute schon die vorteile von einer freien planung und aber auch die vor produktion kombinieren dass man wirklich eine gut abgestimmte gebäudehülle hat vor produzierte dachelemente fenster und so weiter das ist ja heute schon alles da also von dem her ja vielleicht gibt es noch einen zwischenschritt das können euch gerne mal anschauen das blenden wir auch mal ein man kann zum beispiel wir haben eine maneliste herausgegeben mit mit hauskonfiguratoren und das ist sage ich mal so ein zwischenschritt zum modulhaus das heißt die fertighausbranche ist hingegangen der häuser vorkonfiguriert ist also im grunde schon wie module man kann da noch kleinigkeiten ändern man kann weiß ich noch noch die fliesen tauschen man kann noch vielleicht die den dachgeschoss grundriss noch mal tauschen aber der grundrahmen vom erdgeschoss bleibt gleich also da gibt es so dinge die zumindest schon mal vorkonfiguriert sind ist also so eine zwischenstufe zwischen fertighaus und modulhaus aber von einem fertighausunternehmen angeboten oder von verschiedenen fertighausunternehmen die auch schon lange am markt sind wo ihr dann auch wisst die setzen das in ihrem system um und wenn es die firma dann in 10 20 30 jahren auch noch gibt und man will mal einen anderen umbau kann man wahrscheinlich darauf zurückgreifen und das könnt ihr euch mal anschauen wir verlinken euch das mehr unten und da findet ihr eine liste mit den zehn besten hauskonfiguratoren die wir da draußen am markt gefunden haben von häuser über keller bis was weiß ich nicht was und dann könnt ihr das gerne mal durchspielen und dann seht ihr auch was so ein zwischenschritt oder wo man preislich landen würde wenn man denn sage ich mal so ein halbes modulhaus bauen und dann kommen wir jetzt mal von dem kleinsten zum größten haus nämlich dem mehrfamilienhaus und das ist ja ein stil der gerade auch immer man kann es ja eigentlich nicht mehr stil nehmen sondern eine kategorie an haus das aktuell immer beliebter wird oder wo wir auch wieder mehr mehr sehen dass bauherrn das bauen möchten so ein klassisches vier einheiten zum beispiel und dann noch ein penthouse obendrauf in dem man dann zum beispiel selber wohnt wie nicht eine sehr sehr gute möglichkeit und habe ich dieses jahr schon wirklich einige bauvorhaben gehabt die das umsetzen möchten und vor allem in fertigbauweise umsetzen möchten weil eben dann ja auch fünf mal zum beispiel eine kfw förderung mitgenommen werden kann wo sich die steinhaus anbieter zurzeit einfach ein bisschen schwerer tun damit das auch kostentechnisch dann darzustellen da ist im fertighaus bereich einfach sehr viel mehr möglich und die fertighaus anbieter da gibt es auch wieder ein paar eine handvoll die wirklich freie mehrfamilienhäuser wirklich gut umsetzen können damit brandschutzkonzept mit schallschutzkonzepten mit federschienen mit ja einfach guten lösungen das umsetzen und da wirklich eine möglichkeit haben auch wieder vom freien architekten geplanten mehrfamilienhäuser dann umzusetzen und gerade beim mehrfamilienhaus gibt es sehr viele punkte auf die man so drumrum noch schauen muss wie viele stellplätze muss man generieren für die einheiten die man schafft muss man einen spielplatz zum beispiel auch noch aufs grundstück setzen ab einer gewissen größe oder zahl an wohneinheiten also da gibt es sehr viele punkte wo man sich auch wieder gut beraten lassen muss und auch in die einzelnen landesbauordnungen schauen muss was muss ich denn machen wenn ich ein mehrfamilienhaus bauen möchte ich finde es aber wirklich super als möglichkeit weil es einfach für und dann mach das wie du das eben schön beschrieben hast mach mir oben ein penthouse drauf wegen mir mit eigenem aufzug und entkoppelt von den anderen es ist sensationell man hat oben den schönen blick man thront praktisch wieder adler in seinem nest und hat aber unten vier oder sechs wohnheiten noch unten drunter die einem dann den abtrag bezahlen und so man sagt so die grenze liegt so bei vier bis fünf wohnungen ungefähr dass sich das lohnen könnte das heißt ihr transferiert praktischen stadthaus praktisch raus aufs land oder ins grüne oder in mehr ins grüne habt andere leute die für euch den abtrag bezahlen und habt selbst oben wirklich dass das filet stück des hauses und könnt dadurch dass ihr eben kein standard mehrfamilienhaus baut weiter könnt ihr mal gehen auf www.mehrfamilienhaus-bauen.net da haben wir ein paar standard häuser die da präsentieren da gibt es sogar ein festpreis zu da kann man auf den knopf drücken kann sagen so hätte ich es gerne aber trotzdem empfiehlt sich auch hier das ist ja predigen wer immer deswegen ist das auch bei mehrfamilienhäusern nicht anders die freie planung das heißt ihr schnappt euch ein architekt und sagt ich möchte um keinen kontakt zu meinen nachbarn haben die unten drunter wohnen weil es ein eigenes treppenhaus sein soll oder vielleicht ein eigener aufzug der sogar ins eigene penthouse direkt rein fährt ihr möchtet vielleicht mit tiefgarage bauen und das thema stellplätze draußen ein bisschen entspannter zu gestalten damit eben nicht so viel los ist ihr könnt sagen es soll alles ebenerdig sein ihr wollt zum garten hin große glasfronten haben also das ist wirklich sage ich mal so schön und also ihr könnt euch theoretisch wahrscheinlich mehr luxus mehr design leisten als wenn das jetzt der fall ist dass ihr versucht euer haus in 150 quadratmeter grundriss rein zu pressen und das irgendwie stemmbar zu machen und ganz knapp auf kante genäht vielleicht erlaubt der bebauungsbahn ja ein bisschen mehr und dann kann es relativ smart sein wenn man sagt hey ich komme damit klar wenn unter mir paar leute wohnen bin aber komplett entkoppelt und kriegt das dann sogar über die tour noch sage ich mal zu mehr als der hälfte komplett von den anderen abbezahlt das finde ich eigentlich super smart und deswegen dieser trend mehrfamilienhäuser zu bauen kommt jetzt immer mehr weil die leute einfach auf den trichter gekommen sind hey warum soll ich denn eine möglichkeit wenn ich größer bauen davon warum sollte ich die verschenken warum mache ich denn nicht ein geschäftsmittel daraus ja und das muss nicht immer gleich das 20 parteienhaus sein sondern wirklich diese kleinen mehrfamilienhäuser finde ich auch selber persönlich schöner drin zu wohnen wenn man jetzt als aus einer mietersicht denkt zum beispiel so 56 parteien ist immer eine schöne schöne größe und wie gesagt da sehen wir immer mehr projekte die da kommen und deswegen mehrfamilienhaus sehr spannend und auch da wieder die vorteile der fertighausbranche nutzen wieder mit dem anbieter der das sind auch wirklich auch bezüglich der bauzeit genau da wollte ich gerade darauf aus also in der bauzeit ist es ja so wenn jetzt also jetzt wird es wieder ein bisschen frischer draußen es kommt irgendwann der winter die massivhaus baustellen stehen dann wieder still bei der fertighausbranche kann einfach durchgearbeitet werden und durch die vorproduktion hat man auch sage ich mal relativ hohe qualität weniger mängel das heißt ihr könnt auch wahrscheinlich ungefähr sechs bis acht monate schneller in mehrfamilienhaus einziehen wenn es denn vorgefertigt wurde als wenn es jetzt ein klassisches mehrfamilienhaus ist wie man es früher mal gebaut hat kommt natürlich wieder auf den anbieter an das ist klar auch da gibt es immer noch in der fertighausbranche anbieter die brauchen zwei jahre dafür das ist absolut so das heißt aber nicht dass es in der branche allgemein so ist ja ich habe auch viele kommentare gelesen ja fertig haus anbieter brauchen zwei jahre ein paar aber andere schaffen das auch innerhalb von neun monaten von zwölf ja also von dem her gibt es da die die unterschiede eher beim anbieter und nicht bei der bauweise ganz genau also hier geht es wieder darum sauber zu vergleichen nicht wieder zu den fünf anbietern renn die auf dem ersten herzen musterhauspark setzen sondern mal auf die ebene dahinter zu schauen und da ist es dann auch so und das haben auch schon oft mitbekommen mehrfamilienhaus bedeuten natürlich auch für ein fertighausunternehmen ganz anderen umsatz wie jetzt ein klassisches einfamilienhaus das heißt da kann man zum beispiel auch in die verhandlungsmaße mit reinnehmen und sagt ich möchte aber zwei monate früher dran sein als alle anderen dann ist die wahrscheinlichkeit hoch dass euch die fertighausfirma das möglich macht müsst ihr natürlich im flur abstimmen wo das geht und wo nicht aber dann habt ihr die chance habt ihr da zwei monate gewonnen vielleicht und weil ihr insgesamt eh schneller seid bedeutet das ja wenn ihr euer haus später vermietet ihr habt ein halbes jahr für oder vielleicht auch sieben oder acht monate habt ihr früher mieteinnahmen versteht ihr das also ihr habt wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt ein fünffamilienhaus baut ihr habt oben euer penthouse und habe unten dann vier wohnungen drin dann zahlen die über ein halbes jahr früher ihre miete und das ist ja für die finanzierung ein ganz anderer das bringt eine ganz andere wucht mit also entweder könnt ihr dann preisgünstiger bauen oder ihr könnt halt hingehen und sagen gönne ich mir noch ein bisschen mehr dann ist mir noch und es ist ja nicht nur der kamin noch oben mit dabei oder schon bezahlt oder der pool im garten wobei kamin muss man mittlerweile aufpassen also im eh 40 standard wenn es förderfähig sein soll ist kamin schwierig mittlerweile aber grundlegend das heißt ja nicht nur sechs monate früher miete sondern das heißt ja diese sechs monate überhaupt miete weil die würde man sonst ja nie mehr reinholen also es ist ja auch die eigene miete die ihr jetzt noch zahlt also auch wenn ihr wenn jetzt wenn jetzt wenn jetzt konventionell bauen würde und das dauert dann sechs oder acht monate länger ist ja eure eigene miete die ihr gerade zahlt müsst ihr auch acht monate zahlen also jetzt halt da mehr und habt dann auch weniger mieteinnahmen wenn es konventionell machen wird dann ist aber trotzdem ganz wichtig das ist eben schon angesprochen eigentlich wie bei allen anderen baustilen auch wo wir eben drüber gesprochen haben baut man einen anbieter der eine hohe qualität hat und guckt auch dass er auch später dass das wartungsarm ist also auch da macht es wieder keinen sinn den billigsten jahrkorb zu nehmen nur weil er jetzt am anfang erst mal 10.000 euro günstiger ist nehmt lieber einen anbieter wo er zum beispiel weiß wo die fassade zweimal gestrichen wurde bedeutet ihr müsst ihr die fassade nicht in fünf oder zehn jahren dann erst mal nachstreichen sondern erst in 15 oder in 20 oder baut mit einem anbieter das ist ja auch ganz wichtig gerade wenn man noch andere leute hat man will seine ruhe haben gerade als bauern wenn man oben drauf sitzt dass der schallschutz ideal gelöst ist und dann gibt es wieder anbieter die haben vielleicht dann diese die die sag ich mal eher einfache wände warum damit der preis wieder günstiger aussieht und alle sagen ah dann brauche ich doch mit dem aber in wirklichkeit ist der andere viel besser und ihr könnten hören könnt höhere miete verlangen warum weil der zum beispiel betonfaserplatten in der fassade mit drin hat einfach damit wieder alles ein bisschen besser isoliert ist und genau und dann ziehen die leute auch nicht so schnell aus sondern bleiben länger bei euch auf miete wohnen also da gibt es ganz viele kriterien die wichtig sind auch da wieder wenn es dann mal so weit ist gerne beim floh melden über kontakt fertighausexperte.com können wir einige tipps zu geben wo man denn darauf achten soll wenn man ein mehrfamilienhaus baut genau so dann kommen wir zum nächsten baustil nämlich dem doppelhaus auch eine sehr interessante sache finde ich weil gerade auf kleineren oder schmaleren grundstücken ist ein doppelhaus ein echter vorteil weil man das doppelhaus auf die grenze bauen kann und das sind wirklich ein großer vorteil dadurch sind wirklich grundstücks größen auch mit 300 quadratmetern oder sogar ein bisschen drunter wirklich möglich ja weil man das grundstück dann eben nicht auf beiden seiten noch mit einer abstandsfläche einhalten muss so dass dann haus nur noch drei meter breit werden kann oder sowas sondern doppelhaus ist da wirklich eine gute lösung gerade auf eher städtischen baugebieten oder bauplätzen und auch hier kommt es natürlich wieder darauf an wirklich wieder eine hochwertige gebäudetrennwand dann zu haben damit man nicht hört ob der nachbar gerade die treppe rauf oder runter läuft ja und natürlich auch wieder und in den boden eintopfer aber zum beispiel genau also auch da wieder wirklich die qualität der ausführung sehr sehr wichtig und auf der anderen seite finde ich auch hier wieder die architektenplanung wichtig habe ich nämlich auch schon oft gehört das heißt ja ist jetzt nur ein doppelhaus da kann ich ja eh nicht so viel planen aber ich finde immer gerade bei eingeschränkten situationen ist es umso wichtiger sich ideen von einem wirklichen profi zu holen der solche situationen schon hatte und eben sagen kann okay für euer raumprogramm und die außen maße können wir das ganze so und so lösen und da es gibt schon immer mehr möglichkeiten als man sich das erst mal denken würde absolut auch hier wieder noch mal der hinweis haben wir eben schon einmal gebracht geht man auf www a-better-place.de ich glaube da ist die Ute gerade führend in sachen doppelhäuser was ja gibt auch schon ganz viele referenz grundrisse dazu genau dass es nicht heißt dass nicht auch klassisch einfamilienhäuser bauen kann oder mehrfamilienhäuser oder stadtwillen oder landhäuser da ist der genauso fit drin hat aber so ein kleiner schwerpunkt hat sich trotzdem dahin entwickelt also wenn das thema doppelhaus für spannend sein sollte geht mal bei der Ute aufs profil und da gibt findet ihr ganz viele referenzen ich glaube inzwischen vier oder fünf stück inzwischen wo doppelhäuser komplett abgefilmt wurden wo man dann wo wir die grundrissshows präsentieren mit erdgeschossen dachgeschossen man einfach mal sieht wie spannend kann das eigentlich werden wenn man eingeschränkt planen muss und was kann eigentlich ein profi da alles für mich rausholen genau und noch ein hinweis zum doppelhaus dann haben wir es glaube ich hier auch es ist übrigens nicht so dass ihr den selben anbieter wählen müsst wenn ihr ein doppelhaus baut also es kann die eine haushälfte von firma a kommen und die andere haushälfte von firma b das ist kein problem es kann auch und die frage habe ich auch schon oft gehabt es kann auch ein steinhaus und ein fertighaus sein als jeweilige haushälfte das ist alles kein problem das funktioniert also man kann auch in der fertigbauweise an ein steinhaus anbauen als doppelhaus ist gar kein problem ihr müsst nur klären welches haus wird sehr wahrscheinlich zuerst stehen und müsst ihr an das bestehende haus anbauen oder steht euer haus zuerst und dann muss natürlich diese gebäudetrennwand für die zeit bis das andere haus kommt auch entsprechend abgedichtet werden wetter festgemacht werden und das sind so sachen die können schon auch wieder kosten verursachen wo wir über ein paar tausend euro sprechen die hier einen unterschied ausmachen können über die man vielleicht nachher überrascht ist wenn sie dann einem präsentiert werden wenn man sich davor keine gedanken gemacht hat aber auch wenn er da sagt wir planen ein doppelhaus wir haben so ein kostenfreies erstgespräch von 15 minuten schreibt mir einfach mal an fertighausexperte.com schrägstrich kontakt und dann können wir einfach mal besprechen wie die situation bei euch ist was so die er die bisherigen schritte waren und wie die beste weitere vorgehensweise ist und dann habt ihr das auf dem schirm was wichtig ist wieder fürs doppelhaus dann das moderne fachwerk aus das moderne fachwerk aus als den nächsten baustil und ich glaube da kannst du am meisten dazu sagen was für ein zufall genau also selbst 16 jahre für ein unternehmen gearbeitet in der fertig ausbranche was moderne fachwerkhäuser produziert und aufgebaut hat oder oder vermarktet hat insgesamt und hier ist es halt so die modernen fachwerkhäuser zeichnen sich dadurch aus dass sie ganz große glasflächen haben die bauern wollen es immer ganz hell und offen haben und sehr transparent gibt der ja sage ich mal eine kleine auswahl an anbietern einmal gibt es ein paar firmen die im westerwald sitzen dann noch ein paar kleinere dieser einzeln in deutschland unterwegs sind und sehen oh das ist ein interessanter markt warum weil die beiden marktführer diesen deutschland gibt relativ hohe preise aufrufen also ein modernes fachwerk aus kostet bei gleicher größe gegenüber einem konventionellen haus in der regel immer 25 bis 30 prozent mehr ist dann dafür natürlich auch besonders schön und besonders hell gibt natürlich auch viele leute die wenn sie ein modernes fachwerk aus sehen erstmal sagen wer soll denn die ganzen scheiben putzen was ist denn genau was ist denn mit der energieeffizienz sind natürlich auch erstmal wieder vorurteile die da bedient werden in wirklichkeit ist es so wenn jetzt eine wand komplett aus glas besteht ist das erstmal nicht schlecht warum gerade wenn man kleine kinder hat und die datschen die wand voll die müsste man erstmal reinigen wieder neu streichen bei einer glasscheibe geht man mit dem sprüher drüber und wichtig mal drüber und dann ist die glasscheibe wieder sauber also von da ist das erstmal gar nicht so schlecht oder eigentlich sogar smarter wenn die wände aus glas wären in dem fall und mit der energieeffizienz ist auch gelöst also die meisten anbieter zumindest die die auch eine vorfertigung haben bei modernen fachwerkhäusern die sind auch ebenfalls förderfähig man muss natürlich gewisse dinge berücksichtigen und klar glas ist nicht ganz so gut wie geschlossene wand aber dafür machen die dann zum beispiel eine dickere dämmung an der bodenplatte oder an der an der an der kellerdecke oder haben auch ein dickeres dach oder manchmal sogar ein doppeltes dach also man kriegt das dann über andere wege dann wieder reingeholt und hat trotzdem die offenheit und die helligkeit und die transparenz trotzdem muss natürlich das grundstück dafür passen absolut ist es nichts für für eine 300 quadratmeter scholle mit vier nachbarn eher schwierig weil das haus wirklich von der transparent und von der offenheit liegt sondern das ist eher in der kategorie man baut vielleicht eine stadtrandlage oder auf dorf oder oder baut er so sag ich mal im ländlichen stil oder in eine auf dem land dann kann man das schön umsetzen in der stadt geht es natürlich auch braucht man aber entsprechend großes grundstück und dann reden aber halt dann hier nicht mehr über über 500.000 oder 700.000 euro für ein grundstück sondern da geht es wahrscheinlich ab einer million los wenn man denn so ein großes grundstück haben möchte dass man sich auch mit einem modernen fachwerkhaus dort wohl fühlt genau wichtig ist halt wie gesagt auch wie bei wie bei den klassischen fertighäusern auch auf anbieter die eine vorfertigung haben warum auch da gibt es viele die als glücksritter unterwegs sind die bauen dann weiß ich nicht 1 bis 5 häuser im jahr und da ist dann auch wieder die konsequenz wenn da mal ein bauer nicht zahlen kann und nicht zahlen will dann geht die firma pleite und ihr geht mit pleite beziehungsweise eure baustelle bleibt dann stehen warum wenn so ein anbieter nur fünf häuser baut fehlen ihm 20 prozent vom umsatz wenn ein bau vorhaben schief geht und dann ist die wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch dass es bei euch dann auch nicht weitergeht und es ist ja in der branche erst kürzlich passiert genau ist in der branche kürzlich passiert und ist ja auch im moment in der branche die ist ja gerade im umbruch also auch hier würde ich eher auf die auf die bewährten pferde setzen die schon jahrelang abgeliefert haben und die auch sehr solvent sind und wo auch garantiert ist das auch fertig gebaut werden kann es ist natürlich so ganz viele finden die häuser auch toll also wenn man schaut wenn man sich die größten anbieter anschaut die haben oft mit die meisten follower die meisten webseiten besuche weil die häuser halt wirklich konzeptionell gut durchdacht sind also das geht halt nicht nur beim hause bei den kontras los sondern hört dann später bei den bei der wie heißt im interior design auf als mit möbel küchen leuchten das ist alles aufeinander abgestimmt jetzt ist natürlich trotzdem so dass es auch frustrierend sein kann wenn man sagt eigentlich will ich so ein haus haben hält offen und transparent aber es reicht eben nicht für modernes fachwerkhäuser oder es reicht dafür ich habe aber keine zahlungsbereitschaft eine million für so ein haus auf dem tisch zu legen da gibt es eine möglichkeit auf www.architektenhaus-fertighaus.de gibt es eine kategorie die heißt moderne fachwerkhäuser da findet ihr den architekten thomas kunkel und wenn ihr da auf die unterkategorie da gibt es so hausbeispiele da klickt immer auf moderne fachwerkhäuser drauf und ihm ist es gelungen mit hausanbietern mit denen er zusammenarbeitet diese häuser in konventioneller bauweise umzusetzen das heißt wenn euch ein modernes fachwerkhäuser gefällt ihr wollt aber 100 oder 200.000 euro sparen aber nicht auf qualität verzichten weil es trotzdem offen hell und transparent haben dann wäre das zum beispiel ein richtiger ansprechpartner um zu sagen setze mir das bitte konventionell um das seht ihr dann sehr sehr ähnliche grundrisse die auch offen gestaltet sind mit kochen essen wohnen die dann aber trotzdem ein bisschen gegliedert sind durch die architektur mit ganz großen glasscheiben mit balkonen die rund umlaufen mit großen dachüberständen also diese ganzen merkwahl die modernes fachwerkhaus mit sich bringt die könnt ihr da finden da seht ihr glaube ich drei der vier beispiele für so ein konventionelles haus und das wäre zum beispiel so ein architekt wobei natürlich alle anderen das auch können oder wahrscheinlich können aber er hat halt speziell den fokus darauf gelegt und er kann euch dann praktisch ein modernes fachwerkhaus mit einem guten preis leistungsverhältnis in konventioneller bauweise dann umsetzen übrigens war das gerade nur ein tipp also es gibt natürlich architekten die sich darauf spezialisiert haben so ein modernes fachwerkhaus umzusetzen wir haben aber logischerweise auch noch was anderes für euch vorbereitet und die seite heißt www.fachwerkhausexperte.de und da bloggen und schreiben wir über moderne fachwerkhäuser genauso wie wir das über bei massivhäuser bei hausbauexperte.net machen oder über fertighäuser bei fertighausexperte.com und wenn ihr darauf geht könnt ihr euch da gerne mal ein bisschen einlesen und da stellen wir auch anbieter alternativen vor wenn ihr sagen solltet wir sind die klassischen anbieter mit denen ich bauen möchte vielleicht ein ticken zu teuer oder das passt mir das preis leistungsverhältnis nicht dann findet ihr da ganz viele informationen worauf man achten sollte wenn man so ein haus konventionell bauen möchte oder auch wenn ihr sagt ich will es trotzdem durchziehen wenn man in ein modernes fachwerkhaus baut also da gibt es ganz viele informationen wir blenden es einfach wieder mal ein www.fachwerkhausexperte.de der nächste stil ist nochmal eher klassisch nämlich das pultdachhaus ist glaube ich von den dachformen die man so hat also satteldach flachdach waldach ist so das pultdach das am wenigsten gebaute glaube ich also sehe ich auch sehr sehr selten es hat aber eigentlich wenn es nach süden ausgerichtet ist den großen vorteil dass wirklich die komplette dachfläche ja das für die pv anlage genutzt werden kann und für die stromerzeugung was eine sehr gute sache sein kann es ist aber auch gleichzeitig der nachteil wenn das pultdach komplett nach süden ausgerichtet weil gerade bei einem pultdach macht das einfach einen größeren unterschied als bei einem satteldach wo ich nur eine eine dachfläche habe und die andere ja dann meistens nach norden geht ja und man so schon mal eine andere aufteilung im haus selber hat ja ein anderer vorteil noch beim pultdach ist dass man natürlich auf der einen seite die ja ein bisschen höher ist wir haben ja dieses pultdach und auf der anderen seite habe ich hier die möglichkeit noch fenster in diese pultdach pultdach kniestock wenn man so will einzubauen wodurch noch mal eine ganz andere architektur möglich wird weil man hat ja dann im obergeschoss eine relativ hohe wand an der dann oben noch mal die möglichkeit besteht fenster einzuholen die meistens gut für die privatsphäre sind und trotzdem aber licht reinbringen und noch mal ein ganz anderes architektonisches konzept darstellen als normale jetzt bodentiefe fenster beispielsweise also es gibt hier sehr sehr viele möglichkeiten mit diesem pultdach zu spielen was so ein bisschen verloren geht ist natürlich der der stauraum unter dem dach in der regel weil man ein pultdach normalerweise schon immer fürst hoch offen dann ausbaut aber gerade auch hier haben wir wieder das thema dass es einfach gut durchdacht sein muss und zu dem passen muss was euch wichtig ist was ihr wollt und gerade bei einem pultdach wie gesagt würde ich auf jeden fall gucken dass ihr den hitzeschutz im auge behaltet weil der kann wirklich einen großen unterschied machen genau auch hier wieder vielleicht erster schritt erstmal zum architekten der sich das grundstück anschaut guckt wie nutzen wir die himmelsrichtung ideal aus wie können wir es für solar und photovoltaik das dach am besten ausrichten wenn es dann erlaubt ist und wie gesagt wenn ihr ein pultdachhaus bauen möchtet lasst auf jeden fall den architekten den bebauungsplan prüfen weil es halt nicht immer geht ist auch eher eine seltene bauweise manchmal sieht man es in neubaugebieten oder bei den städten und gemeinden wo eine hanglage ist dass man praktisch den hang praktisch mit dem satteldach dann mit dem pultdach was dann aber logischerweise auch schon von der himmelsrichtung vorgegeben ist dann anpassen muss weil das städtebaulicht gerne gesehen wird wenn sich die häuser an den hang schmieden und jetzt auch hier wieder um hier wieder zu zeigen wie wichtig das ist oder warum ein architekt so wichtig ist man kann dann ja zum beispiel auch versuchen kompromiss zu finden also ihr wollt unbedingt ein pultdachhaus ist aber nicht erlaubt sondern vielleicht nur satteldachhäuser dann kann mir vielleicht ein asymmetrisches satteldachhaus bauen heißt dem architekten sagen okay wir dürfen nur ein satteldachhaus bauen ich will ein pultdachhaus dann holt für mich bitte das beste raus das ist auch wieder was was die katalogen nicht abbilden können und ein asymmetrisches satteldachhaus könnte dann ja sein dass man hier das satteldach so hat also nicht so hat sondern dass sich das verschiebt also hier hat man eine kurze dachfläche die nach oben geht dass man wieder dieses dieses a roof hat wie man eigentlich sagt und dann hat man hier ein relativ langes dach was runtergezogen ist und dann zumindest optisch so aussieht oder auch so wirkt oder man so auch so einsetzen kann wie ein pultdachhaus eben beziehungsweise wie ein pultdach und dann habt ihr die ganzen vorteile wieder vereint habt aber auf der seite noch so einen kleinen klick das kann aber auch optisch schön aussehen wenn der architekt das gut löst man könnte dann zum beispiel auf dieser seite dann auch wieder mit fenstern arbeiten dass wieder licht ins haus reinkommt also auch das muss gar nicht so schlecht sein wenn ihr da eine einschränkung hättet aber unbedingt ein pultdachhaus bauen möchtet dann wäre das ein schöner kompromiss der nächste stil ist das klinkerhaus oder das verklinkerte haus je nachdem wie man es nennen will auch ein stil der gerade in norddeutschland schon beliebt ist und auch in manchen bebauungsplänen sogar vorgegeben dass zumindest ein teil der fassade verklinkert sein muss bedeutet nichts anderes als dass die fassade nochmal eine vormauerung bekommt und die eben dann nach außen auch wie stein aussieht wir blenden sie mal ein falls ihr das nicht kennt das ist ein verklinkertes haus und hat natürlich einmal den vorteil dass die fassade wenn sie denn richtig gemacht ist sehr langlebig ist also dass man hier ja nach 30 jahren immer noch den dieselbe optik hat im endeffekt wenn man jetzt natürlich an der viel befahrenen straße ist dann wird auch der klinker irgendwann ein bisschen schwarz und so weiter das ist klar aber die kann man dann mit dem hochdruckreiniger im endeffekt wieder auf hochglanz bringen genau das ist so und grundlegend ist auch möglich nicht nur mit einer vormauerung da sind dann die steine so elf zentimeter dick sondern das auch mit klinkerinchen zu machen da sind die steine dann zwei bis drei zentimeter dick und die werden dann im prinzip wie fliesen auf die fassade aufgeklebt sozusagen ist die deutlich günstigere variante weil ich habe auch zahlen dabei ich habe nämlich neulich ein haus gehabt das sollte in hamburg gebaut werden mit einer klinker fassade es waren zweieinhalb geschosse und da kostet die klinker fassade circa 100.000 euro das war bei allen anbietern in einer ähnlichen range mal 98.000 mal 100 2000 aber das ist so um die 100.000 euro waren das für zweieinhalb geschosse es war halt ein relativ großes haus das ist klar aber es ist trotzdem ein faktor den man vom preis hin nicht unterschätzen darf jetzt wird so eine klinker riemchen fassade wahrscheinlich eher die hälfte kosten ja also das ist schon ein gigantischer kostenunterschied den es ausmachen kann und wenn ihr sagt wir lieben einfach die klinker optik und die langlebigkeit ist ja bei den riemchen genauso gegeben dann könnte das wirklich eine gute alternative sein zumal man hier auch mehr auswahl dann bei den anbietern hat weil gerade im fertighausbereich ist die wirkliche vormauerung schon eher selten also da gibt es dann vielleicht fünf oder sechs anbieter die das wirklich umsetzen können wenn man klinker riemchen machen würde dann gibt es auf einmal 20 oder 30 die es wirklich gut machen genau und dann habt ihr eigentlich wieder den vorteil dass ihr das beste aus verschiedenen welten vereint also ihr habt einmal aus der steinbauweise praktisch die optik ihr habt also die klinker steine aber im haus innen drin habt ihr halt die ökologischen baustoffe die nachhaltig sind und wohngesund ihr habt eine kurze bauzeit ihr kriegt in der regel auch eine festpreis garantie dazu und könnt wie gesagt gegenüber den klassischen klinker häusern circa 50.000 euro sparen was wenn man das mal auf 20 oder 30 jahre hochrechnet weil man ja so lange so ein haus in der regel finanzieren muss nochmal ein viel größerer betrag wird also hier könntet ihr darüber nachdenken wenn ihr sagt wir wollen es ein bisschen smarter lösen ob man es vielleicht dann nicht in fertig bauweise macht und riemchen nimmt anstatt die klassischen steine was ja auch in sache nachhaltigkeit vom umweltgedanken ja auch nicht so schlecht ist weil holz ist nachwachsender rohstoff werden die steine erstmal alle gebrannt werden müssen und sehr 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 hohen energieverbrauch haben die energiepreise steigen ja immer weiter das heißt ist man fährt man mit den riemchen und mit der holzbauweise eigentlich wesentlich besser aber wer sagt für mich muss es halt ein stein auf stein sein dann ist das auch so dann besucht mal gerne die seite von www.hausbauexperte.net da bloggen wir auch über verschiedene baustellen hausanbieter unter anderem geht es auch um das thema steine welche man wählen sollte welche besonders gut sind und welche voll und nachteile es gibt dann kommen wir jetzt zu einem eher exotischen baustil nämlich dem blockhaus also aus vollholzstämmen gemacht ich habe auch mal so eine doku darüber angeschaut wer nicht ist wirklich interessant wie das dann weil es ja auch luftdicht im endeffekt gebaut werden muss weil ihr wisst ja heute muss man mindestens eh55 als mindeststandard bauen das heißt gerade solche häuser wie ein blockhaus werden natürlich schwieriger weil die luftdichtheit mit diesen stämmen gar nicht so einfach zu erreichen ist weil er da nicht wirklich viel abgedichtet wird oder das eine homogene schicht ist die man da hat sondern es ist wirklich deutlich mehr aufwand und da muss man auch mal gucken wie sich das in den nächsten jahren da noch weiterentwickelt wenn dann auch ab 2025 eh40 dann der mindeststandard wird weil es ja gerade im gespräch ist ob man das jetzt so zeitig schon macht aber irgendwann wird es ja kommen also ist ja völlig klar da werden halt solche häuser leider die verlierer wahrscheinlich sein weil es einfach von der energieeffizienz und auch wie gesagt von der luftdichtheit ein bisschen schwieriger ist obwohl natürlich die optik wirklich auch vielen leuten gefällt und es ja auch was schönes ist womit man auch viel verbindet absolut ist halt eher ein haus was vielleicht eine waldrandlage oder direkt in den wald reingehört in der stadt sieht man es eher selten ich würde mir wenn ich unbedingt so ein haus bauen wollte würde ich mich auch nicht davon abhalten lassen würde das wahrscheinlich dann auch machen wobei man wissen muss es gibt kleine einschränkungen also wenn ein haus komplett aus holzbalken besteht ist es natürlich auch schwierig gerade beim innenausbau dann wie setzt man steckdosen wie führt man wasserleitungen also da gibt es ganz viele kompromisse die man eingehen muss man hätte aber trotzdem sein blockhaus wenn man das dann möchte und für die bauern die eher unentschieden sind die sagen gefällt mir ganz gut da würde ich es dann eher nicht machen weil wie du das schon gesagt hast man muss ja auch mal weiter denken in 10 15 oder 20 jahren oder zum beispiel mal wieder verkauft dann hat man da die großen abschläge weil es dann heißt vielleicht darf man sollen wenn das so weitergeht also wie es ja im moment politisch gewollt ist darf man es vielleicht in 20 jahren auch gar nicht mehr verkaufen wenn es nicht dann mal kernsaniert wurde oder energetisch saniert wurde damit es die anforderungen erfüllt die das dann zukünftig haben muss also da wird man sich eher leichter tun wenn man vielleicht sagt okay dann baue ich lieber ein klassisches holzhaus im besten fall sogar vorgefertigt weil dann die qualität ein bisschen höher ist mit einer schönen holzfasern und da gibt es ja auch ganz viele varianten und dann hat man trotzdem sein holzhaus hat ökologische und nachhaltige baustellen und baut sogar noch mit einer festpreisgarantie und hat im besten fall eine kurze bauzeit dass man auch schnell ins haus rein kann also eine blockhaus optik könnte ähnlich wie mit den riemchen bei einem klinkerhaus auch die bessere variante sein als wenn es das klassische blockhaus ist wobei natürlich trotzdem ich auch ein blockhaus fan bin und wenn ich eine hütte im wald hätte wollte ich auch eins haben wollte mir da kein klinkerhaus hinstellen das ist so aber es ist wie es ist man muss halt das leben bewerten und gucken wie soll sich das zukünftig alles gestalten und dann ist wahrscheinlich die andere variante ein haus in oder ein holzhaus zu bauen was dann eben eine holzfassade hat wahrscheinlich die klebbere variante wissen wir jetzt nicht aber in 15 jahren schauen wir uns das video noch mal an und dann gucken wir ob wir recht hatten oder nicht genau aber wie du sagst wiederverkaufswert ist gerade bei diesen exotischeren häusern wie wir sie jetzt gerade besprechen schon ein thema auch bei einem modernen fachwerkhaus muss man halt einfach wissen es ist mehr ein liebhaber objekt und man muss halt immer jemanden finden der genau das bereit ist dann auch zu bezahlen weil es einfach ja auch im bau schon mehr kostet und jemand diese optik und diesen stil haben möchte was privatsphäre angeht was reinigungsaufwand und so weiter angeht ja das sind einfach dinge und genauso gilt es auch bei einem blockhaus oder auch bei der nächsten kategorie nämlich das nur dachhaus noch einen punkt gerade dazu entschuldigung für ins wort von aber weil es noch so ein wichtiger punkt ist gerade mit sachen wiederverkauf weil da hast du das richtige stichwort gesagt wenn man zu speziell baut sind es halt wirklich liebhaber häuser und gerade bei den modernen fachwerkhäuser ist es ja so die sind so teuer und so aufwendig haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen überhaupt wenn man die später wieder verkaufen möchte dann ist das ja eigentlich ein ganz kleiner kundenstamm den man über überhaupt bedienen kann weil es jetzt nicht die klassische familie ist die sagt ich möchte mir jetzt mein eigenheim kaufen oder finanzieren sondern das ist ein ganz kleiner kundenstamm und dieser kundenstamm der eigentlich die jetzt in der lage ist ein zwei oder auch drei millionen auszugeben die kaufen der regel dann auch nichts gebraucht ist die kaufen sich dann lieber was neues die sagen warum soll ich denn 15 jahre altes haus kaufen habe dann vielleicht ein kompromiss was den grundriss betrifft was die die fließen die bäder gefallen gefallen mir vielleicht nicht mehr also die leute die sowas stemmen können die bauen dann in der regel neu und dann bleibt ihr eher auf so einem exoten schon mal sitzen oder der wiederverkauf dauert wesentlich länger und ihr müsst halt entsprechend mit dem preis runter gehen was aber super ärgerlich ist weil ihr selbst am anfang so viel dafür bezahlt habt ja genau okay und das gilt aber jetzt für alle diese für alle exoten häuser zum beispiel eben auch das nur dachhaus das wie der name schon sagt eigentlich nur aus dach besteht blenden wir euch hier auch mal ein damit ihr das mal gesehen habt dazu kann man eigentlich gar nicht viel sagen es ist in der fertigbauweise auch wirklich umsetzbar auch da hatte ich schon anfragen dazu oder auch bauvorhaben dazu die wir begleitet haben aber es ist wirklich eine ganz ganz kleine nische genau bedeutet halt wenn man es baut das dach wird komplett runter gezogen die giebel sind in der regel noch normale wände da wird dann auch das licht reingeholt oder größtenteils und eventuell kommt bei dem nur dachhaus an den dach schrägen halt die halt bis zum boden gezogen werden kommen in der regel noch ein oder zwei dachflächen fenster zum einsatz um dann seitlich doch auch noch licht zu holen ihr müsst aber dann wissen wenn ihr ein nur dachhaus habt sind die wände innen drin auch schrägen das heißt wenn ihr dann zum beispiel wenn die wand jetzt innen so läuft ihr wollt ein bild aufhängen dann hängt das natürlich gerade runter wie so ein pendel also ist jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft wenn man eigentlich so aus dem klassischen gedanken kommt dass man jetzt so bauen möchte wie einem das am besten gefällt oder beziehungsweise wenn man so bauen möchte wie es sich die klassische familie vorstellt und dass das alles effizient und effektiv gelöst ist für alle es ist halt sage ich mal auch ein liebhaberhaus ich sage kostenmäßig geht es eigentlich sogar noch ist jetzt nicht so übertrieben wie ein modernes fachwerk haus klickt man vielleicht noch gestemmt gibt es auch den ein oder anderen anbieter auch da würde ich wieder gucken keine exo oder keine firma wählen die die wieder nur drei vier fünf oder oder maximal zehn häuser im jahr bauen kann auch die wird es wahrscheinlich in zehn oder zwanzig jahren nicht mehr geben wie das halt in der baubranche so ist sondern auch da auf etablierte anbieter setzen einfach in der größten suchmaschine der welt nur dachhaus eingeben dann mal gucken was das alles ausgespuckt wird und dann würde ich praktisch von den firmen von groß nach klein filtern und wenn da einer bei ist der 50 oder 100 häuser baut pro jahr dann ist das vielleicht auch schon 50 oder noch länger jahre auf dem markt ist dann habt ihr die ist die wahrscheinlichkeit hoch dass ihr da einen guten anbieter wichtig und ja das haus dann auch wie bei den anderen themen eben auch später auch besser sanieren und renovieren und so weiter das sollte wieder diese schnittmenge sein etablierter anbieter der wirklich häuser baut und auch in einer gewissen stückzahl und aber auch das thema nur dachhaus dann umsetzen kann weil das eben ja schon mal gemacht hat zum einen und zum anderen nicht also es ist immer schlecht wenn ihr zu einer firma kommt und sagt ich möchte das bauen und ihr zwingt die quasi dazu das zu bauen obwohl die eigentlich das nie so umsetzen ja dann ist immer schon mal schlecht deswegen ist hier google eigentlich eine gute alternative weil gerade so die die großen massen anbieter und sowas die wollen sowas ja gar nicht großartig anbieten deswegen da kann man ergebnisse schon für vollnehmen und die firmen die da projekte darstellen oder zeigen dass sie da schon was gemacht haben die sind dann auch die richtigen dafür und dann müsst ihr nur noch mal den gegencheck machen wie viele häuser bauen die denn was haben die da für eine produktion dahinter und dann ist das in ordnung wenn es mal mehr als 20 oder 30 häuser sind genau also haben die eine vorfertigung bauen die mit einem festpreis haben die kurzen lieferzeiten genau all die dinge die wir ja sowieso immer bei anderen häusern genauso wichtig sind genau richtig der letzte exoten baustil ist das atriumhaus zeichnet sich eigentlich dadurch aus genau dass man praktisch wie so ein vierseithof hat oder ein dreiseithof der dann zum garten geöffnet ist man hat innen drin ein atrium das bedeutet in der regel ist es so dass diese häuser im innenbereich sehr oft verglast sind damit man eben in ganz viel licht und transparenz reinbringt und dann wird ihnen ein schöner innenhof angelegt oder eine schöne fläche kann auch mal wenn man wenn das budget jetzt nicht die allergrößte rolle spielt vielleicht auch schon mal ein pool sein das kann auch eine outdoor kitchen sein oder halt einfach eine schöne bepflanzung ein schöner garten damit man eigentlich möglichst viel natur ins haus rein holt und da weil sie ein paar schöne bäume reinsetzen die müssen natürlich auch dann geschickt ausgewählt werden das dürfen jetzt keine sein die jetzt flach und weit wurzeln weil das sonst an die bodenplatte rangehen könnte wenn das haus drumherum steht sondern auch das muss man wieder sich mit einem architekten am besten auch mit dem kartenplaner besprechen wie man das ja den sollte man frühzeitig einbinden dann ja absolut und dann ist es auch wichtig dass das atrium auch nicht zu klein wird wenn es jetzt so gequetscht ist wenn das jetzt zweimal zwei meter ist dann ist es vielleicht schacht genau dann wirkt es auch eher wie ein schacht da kommt es nicht zur geltung hier ist eigentlich nur darauf zu achten dass das atriumhaus ich sag mal eine gewisse weite mit sich bringt damit man hinten einen großen innenhof anlegen kann und den dann entsprechend in szene setzt wie das dann gebaut wird spielt gar keine rolle das kann ein haus sein das kann kann aus klinker riemchen bestehen das kann ein modernes fachwerkhaus sein das kann ein klassisches holzhaus sein mit einer holzfassade es kann aber auch ein normales geputztes haus sein das spielt keine rolle auch die dachform spielt keine rolle ob man ein satteldach oder ein flachdach oben hat es gibt zwar einen trend dass die meisten lieber ein flachdach drauf machen weil sie sagen ein atriumhaus ist eher ein modernes haus aber auch da wieder erster schritt soll ich ja nicht ein kataloghaus anbieter sein sondern architekt und hier nochmal haben schon zwei dreimal gesagt geht man auf www.a-better-place.de und dann schrägstrich architekten dafür hatten sogar schon in der grundriss show glaube ich ein ein atriumhaus das können wir auch hier mal verlinken da oder da genau dann könnt ihr euch das mal anschauen und hier vielleicht noch die alternative zum schluss zu so einem atriumhaus ist zum beispiel einfach auch ein bungalow in so einer u-form ja dann hat man natürlich an einer seite nur noch die gartenfläche und nicht den abgeschlossenen bereich aber eventuell das ganze dann einfach nochmal ein bisschen günstiger weil auch so ein bungalow in u-form dieses selbe gefühl erzeugt dass man in der mitte dann so diesen zentralen punkt hat sei es durch einen schönen angelegten garten oder einen pool oder was auch immer und das könnte vielleicht nochmal so eine alternative zu dem atriumhaus sein aber schaut euch einfach mal die grundriss show an ich glaube da kommt das ganz gut raus was das ist und ob das was für euch für euren für euer Bauvorhaben ist oder nicht genau und jetzt könnt ihr gerne unten in die kommentare reinschreiben ob wir einen baustil vergessen haben den wir das nächste mal noch mit dran nehmen sollen die euch besonders wichtig ist und auch gerne kommentieren wie am anfang des videos schon gesagt ob euch bestimmte baustile so wichtig sind dass wir da mal eine eigene episode drüber machen sollen dann nehmen wir uns den gerne an also gerne unten für reinschreiben und dann kümmern wir uns darum dass ihr genau zu dem thema mehr informationen bekommt bis zum nächsten mal wir sehen uns nächstes mal wieder wir sehen uns nächstes mal wieder